Hier kommt auch schon unser erstes Gericht. Wow, ist das echter Schmuck? Wow, klar, schau wie schön er glänzt. Das ist um einiges besser als deine Schokolade. Steht mir total. Nur noch ein Ring. Jetzt bin ich eine wahre Königin. Das ist nicht fair. Ich will keine Schokolade, ich will Schmuck. Wobei, das ist auch nicht schlecht. Das kann man auch tragen. Ist zwar kein Gold, aber wie auch immer. Ich will auch was davon probieren. Gib mal. Vergiss es. Du hast dein Gold. Und ich trage von nun an nur noch Schokoringe. Wie du meinst. Dann muss ich doch noch durchgreifen. Den Ring verwandeln wir in einen Rettungsring. Äh, was machst du? Ich will auch was naschen. Ah, du hattest recht. Das schmeckt gut. Lass mich gehen. Ich will auch Schokolade. Und wo bleiben unsere Teller? Bitte sehr. Ein Fischkopf? Nein, vielen Dank. Ich probiere den Fischschwanz mit Vergnügen. Wahre Schokolade. So einen Fisch könnte ich jeden Tag essen. Mary, was ist mit dir los? Oh nein, ich habe mich in eine Meerjungfrau verwandelt. Wow. Sorry, das war ein unerwarteter Nebeneffekt. Also, mir gefällt es ja. Ich will auch eine Meerjungfrau sein. Ah, Monika. Was ist mit dir passiert? Oh. Ups, da ist wieder was schiefgegangen. Wow, ein echter Goldbarren. Der sieht ja gut aus. Ich bin mir sicher, meiner wird auch Schokolade sein. Lass uns mal überprüfen. Boah, so schwer. Ich kann ihn nicht hochheben. Den solltest du lieber nicht beißen. Zu spät. Meine Zähne sind jetzt auch golden. Ah. Mh. So süß. Ich hatte recht. Hä? Ich will ja nichts sagen, aber mit deinen Zähnen stimmt was nicht. Hä? Oh nein. Ich hätte nicht so viel Süßigkeiten essen dürfen. Du Arme. Du musst dringend zum Zahnarzt. Bin ich bereits in der Praxis? Mhm. Mach dir keine Sorgen. Deine Zähne werden gleich wie neu aussehen. Ich hab Angst. Um ehrlich zu sein, ich auch. Wow, meine Zähne sehen einfach umwerfend aus. What? Das könnten wir mit etwas Süßem feiern. Du hast doch nichts gelernt, nicht wahr? Seid ihr bereit? Ich hab ne neue Überraschung für euch. Oh wow. Schoko, Cola und Pommes. Ein wahrer Traum. Monika, du hast weniger Glück gehabt. Oh Mann. Rohe Kartoffeln. Wie soll ich die essen? Boah, wie eklig. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was ich damit tun kann. Oh. Oh, wie toll. Frische Pommes. Wow. So was gefällt mir um einiges mehr. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich fang mit der Schokosoße an. Die muss wunderbar zu den Schokopommes passen. Oh ja, ich hatte recht. Einfach himmlisch. Menno, ich will auch was Süßes. Sorry, ich hab aber nur eine Portion. Und die gehört mir. Oh, die Cola hätte ich ja fast vergessen. Oh, sowas wollte ich schon immer mal probieren. Kann ich wenigstens ein Stückchen haben? Du hattest recht. Das ist das beste Getränk aller Zeiten. Mädels, habt ihr einen Appetit? Mh. Das war herrlich. Danke, Mary. Ich bin mir sicher, euch müsste meine nächste Überraschung auch gefallen. Wow. Schoko Pringles? Voll cool. Ah, ist ja cool. So welche will ich auch. Perfekte Chips aus perfekter Schokolade. Lass mich mal probieren. Die zergehen ja auf der Zunge. Und wenn ich dazu noch etwas Schokopaste gebe? Das muss sicher perfekt werden. Du hattest recht. Fantastisch. Ich habe Hunger. Ich werde mich wohl mit einfachen Chips zufrieden geben müssen. Aber die Packung wird mir sicher nicht reichen. Das muss ich ändern. Na also. Das sieht doch schon um einiges besser aus. So viele Chips. Wow. Aua. Schon wieder. Sorry. Ich bin heute so tollpatschig. Mh. Wie lecker. Mh. 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 Ich zeige euch mal was. Monika, das ist für dich. Wow. Und das ist für dich, Mary. Wow. Ein Lippenstift. Wie cool. Ihr braucht mir nicht zu danken. Welche Farbe hat er denn? Rosa. Klasse. Wow. Hier hast du ein Küsschen. Oh. Oh, Monika. Das traf direkt mein Herz. Zeit, dass ich mich auch schön mache. Oh, das ist ja Schokolade. Mh. Dein Lippenstift riecht ja gut. Ich glaube, dass er auch gut schmecken wird. Was ist mit meinen Lippen passiert? Ich helfe dir. Noch ein bisschen. Du hast meine Lippen abgerissen. Autsch. Mh. Ich wollte dir doch nur helfen. Na, wenn deine Lippen dir nicht mehr gehören, dann will ich sie essen. Hättest du mir auch was abgeben können? Lass das. Die gehören mir. Gefangen. Ups, das war ja peinlich. Wow. Wow, ein Schokoglobus. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Zu schade. Ich bin mir sicher, mit dem hätte Erdkunde viel mehr Spaß gemacht. Mhm. Probier ihn. Wuhu. Ist das lecker? Oh. Bist du hungrig? Pass auf, dass du nicht noch meinen Globus verschlingst. Keine Sorge. Ich habe es nur auf die Schokolade abgesehen. Oh. Vielleicht ist in meinem ja was drin. Ich will das mit der Lupe herausfinden. Aha, das ist ein Tipp. Moment mal. Oh. Warte, Mary. Ich weiß, was ich tue. Schau mal, wie viele Bonbons. Was für eine Überraschung. Das sind doch Glühbirnen. What? Die habe ich aber nicht vor zu essen. Aber die Glühbirne ist doch besonders. Genau, sie besteht nämlich aus Schokolade. What? Du hättest das besser sein lassen müssen. Du leuchtest jetzt selber wie eine Lampe. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ein Stromschlag. Ich wusste doch, ich hätte sie nicht anfassen sollen. Oh, man. Das ist doch sehr schön. Mein Fotoapparat. Ist der schön. Wow. Also, meiner gefällt mir mehr. Betty, lass dich fotografieren. Schau, ist das nicht toll? Meiner kann zwar keine Fotos schießen, dafür ist er aber richtig lecker. Darf ich auch was probieren? Sorry, ich habe bereits alles aufgegessen. Du hast dich selber in ein Fotoapparat verwandelt. Was ist das denn? Was für ein schlimmes Foto. Schmeiß das weg. Und was ist das? Sieht seltsam aus. Einverstanden. Nicht gerade appetitlich. Na, weil deins aus Plastik ist. Meins hingegen aus Schokolade. Die Schere hat mir gefallen. Jetzt sind die Klammern dran. Kann ich auch was haben? Nein, das gehört mir. Na gut. Dann weiß ich, was zu tun ist. Mit ein bisschen Magie. Voila. Das, was ich brauche. Wie soll dir das denn helfen? Wow. Wart's ab. Gleich siehst du alles. Hey, wieso hast du mich festgeklammert? So stehst du mir nicht mehr in der Quere. Lecker Schmecker. Das war's wert. Das wirst du mir aber büßen. Na gut, komm runter. Was für eine schöne Tasche. Von so einer habe ich geträumt. Meine Schokotasche ist aber trotzdem cooler. Die hält mich satt. Die hält mich satt. Da ist sogar was drin. Das ist Schminke. Schmeckt herrlich. Freut mich. Vielleicht ist in meiner auch was drin. Ah, das sind Lidschatten. Sind die schön. Schau. Schau, die sind einfach perfekt. Oh, die Textur ist ja klasse. Was hast du mir untergejubelt? Jetzt sehe ich schrecklich aus. Ach, komm schon. Pringles. Ist das nicht cool? Normale Chips? Wie langweilig. Schokochips sind cool. Einverstanden. Der Geschmack ist der Hammer. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Wer hätte gedacht, dass du so einen Appetit haben würdest. Menno, ich habe nur noch ein Stück. Meine Hand ist stecken geblieben. Bist du ein Tollpatsch, Betty. Schau, so isst man Chips. So viele davon. Wow. Die Schokolade schmilzt im Mund. Das war's auch schon. Wobei, nee, da ist noch was drin. Bloß nicht das. Meine Hand steckt auch fest. Aber ich schaff das schon. Da hast du doch bloß Glück gehabt. Mach dir keine Sorgen. Wir ziehen deine Hand wieder raus. Bloß nicht mit der Säge. Pack die weg. Hat's geklappt? Oh, danke, Bella. Wieso habe ich nichts? Oh, was für schöne Blumen. Die sind wunderbar. Und der Geruch. Fäller, deine Nase ist voller Schokolade. Das heißt, dass man die Blumen essen kann. Menno, du kriegst schon wieder das Beste. Da kann ich doch nichts dafür. Das ist nicht fair. Was ist los? Wo kommt das Licht her? Eine Flöte? Ich kann Flöte spielen. Danke für den Applaus. Danke. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Pommes, der beste Imbiss. Klar, nicht schlecht. Aber ich bin für Schokopommes. Yeah, sind die cool. Ich hoffe, meine schmecken auch gut. Nee, die sind kalt. Erst muss ich die aufwärmen. Und dann essen. Ab in die Mikrowelle. Ein paar Sekunden. Fertig. Heiß. So, wie ich sie wollte. Na also. Soll ich meine vielleicht auch aufwärmen? Okay, kommt raus. Jetzt habe ich heiße Schokolade. Hier fehlt nur noch ein Strohhalm. Ran ans Zeug. Emma und Kate können es kaum erwarten. Erdbeeren und Chili? Kate, da hast du wohl Pech gehabt. Emma probiert mit Vergnügen ihre Schoko-Erdbeeren. Und ist entzückt. Komm, Kate. Du brauchst nicht neidisch zu sein. Ich stelle mir einfach vor, das wären Erdbeeren. Nur halt etwas schärfer. Ich habe keine Angst. Na los, Chili. Tauch ab. Ach komm schon. Mit Schokolade schmeckt doch eh alles besser. Wobei. Hilfe. Das brennt ja unglaublich. Oh Mann, ich verstehe ja alles. Aber ein bisschen anständiger könnte man sich schon benehmen. Du hast ein bisschen zu viel Schokolade im Gesicht. Kannst du mir was abgeben? Na komm schon, sei nicht böse. Diesmal hat Emma Pech gehabt. Zitronen. Ihhh. Kate kriegt Oreos. Wow. Yes. Oh, die müssen sicher gut mit Schokolade schmecken. Emma muss fast heulen. Sie findet Zitronen viel zu sauer. Aber da kann man wohl nichts machen. Augen zu undurch. Aber so einfach wird das Emma nicht machen. Wow. Schaut mal. Wahre Magie. Ist das nicht schön? Zauberhaft. Zauberhaft. Kate taucht ihre Kekse in den Springbrunnen. Noch wissen wir nicht, ob das genauso lecker sein wird, wie es aussieht. Lasst es uns erfahren. Und schon ist der erste Keks geschafft. Scheint gut zu schmecken. Aber beim zweiten wird klar, dass das eindeutig zu sauer ist. Donuts und Brokkoli. Schön kontrastreich. Dass es euch auch nicht langweilig wird. Und Emma ist schon wieder am Leiden. Kate hat gar keine Zeit für Mitleid. Denn sie freut sich viel zu sehr über ihren Teller. Aber die listige Emma weiß bereits, dass sie sich einen Spaß erlauben wird. Brokkoli? Sieht so lala aus. Aber vielleicht schmeckt es ja. Oh, schmeckt wunderbar. Klasse. Das hätte ich nie gedacht. Aber es ist so. Willst du was probieren? Schmeckt so ungewöhnlich. Wollen wir tauschen? Super. Du wirst es nicht bereuen. Ja, kipp einfach so viel wie möglich Schokolade drüber. Und du wirst es schon sehen. Ha, reingefallen. Mann, bist du naiv. Du hast mir tatsächlich geglaubt. Mann, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Gut, dass ich noch ein paar Donuts habe. Hier ist wohl ziemlich offensichtlich, dass das lecker ist, nicht wahr? Und die kriegst du sicher nicht zurück. Vergiss es. Wow. Yes. Hoppla. Oh. Gummibärchen und gekochte Eier. Ich glaube, euch ist klar, welche die glückliche ist. Aber vielleicht hat Emma schon wieder einen Weg, die Situation in Ordnung zu bringen. Oh, Augen. Die sehen ganz schön gruselig aus. Müssen aber sicher gut schmecken. Kate kriegt endlich mal was Leckeres. Was ihr Emma nicht wegnehmen wird. Lass es dir schmecken. Warum ist Emma so traurig? Eier? Tja. Mal sehen, wie die die essen wird. Ich. Iii, dann auch noch in Schokolade. I-git-i-git. I-git-i-git. Ihrem Gesicht nach muss das fürchterlich schmecken. Bleh. Oh, wow. Aber sie hat alles aufgegessen, ohne zu kotzen. Vielleicht war sie einfach nur sehr hungrig. Wow! In dieser Runde gibt's Pommes frites. Und einen megacoolen Lutscher. Pommes sind zwar was Schönes, aber Schokolade ist hier eindeutig fehl am Platz. Und wie steht's mit dem Lutscher? Sieht gut aus. Aber beißen lässt der sich nicht wirklich. Pass auf deine Zähne auf, Emma. Ups, zu spät. Das ging direkt an Kates Stirn. Hey, musste das sein? Ups, oh Kate. Ich mag deine Augenbrauen. Die sehen lustig aus. Okay, jetzt also die Pommes, ne? Ich hab wirklich keinen Bock drauf. Aber okay, ich hab wohl keine Wahl. Oh, das schmeckt... Mmh, gut. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Super. Also ich will gleich mehr davon. Yeah. Wenn schon genießen, dann so richtig. Hey, kann ich noch einen Teller haben? Oh, wo kommt der Geruch her? Bäh. Ah, das ist der Käse auf Kates Teller. Oh Gott. Die ist wirklich nicht zu beneiden. Und Emma kriegt Marshmallows. Super. Und sie hat sich schon was überlegt. Stell dir vor, wie viel Schokolade sie jetzt schaffen kann. Mmh. Das ist sogar besser als Kakao mit Marshmallows. Ein schokoladiges Märchen. Und solange Emma es sich gut gehen lässt, macht sich Kate auch ans Zeug. Aha. Klar, der Käse riecht ganz schön mies. Aber auch dagegen lässt sich was tun. Tada. Hä? So hat man Marshmallows sicher noch nie benutzt. Jetzt macht dir dieser Stinkelkäse keine Angst mehr. Wir kippen einfach möglichst viel Schokolade drüber. Und das wird schon irgendwie gehen. Die Konsistenz ist zwar seltsam, aber na ja. Wenn da nicht nur diese Emma wäre. Mmh. Oh nein. Schon wieder musste das Kelt passieren. Die Spannung steigt. Yes. Oh wow. Ein mega langes Kaugummi und ein Hotdog. Da ist ziemlich klar, wer sich in dieser Runde freuen wird. Ich meine, ein Kaugummi ist an sich schon ein Gewinn. Aber mit Schokolade muss das doch sicher noch besser schmecken. Und wenn man eine Blase macht, wird die dann schokoladig sein? Arme Emma, die stirbt ja gleich vor Neid. Und die Blase ist tatsächlich schokoladig geworden. Wow. Sieht cool aus. So riesig. Wow. Kate, überleg es dir gut, ob du das beißen möchtest. Bam. Eine Schokoladenexplosion. Aber das macht solchen Spaß, dass das Kate sogar wiederholen würde. Selbst Emma fand das lustig. Sagen wir es mal so. Ich habe sicher nicht davon geträumt. Ketchup wäre vielleicht angemessener gewesen. Aber okay, was soll man da machen? Ich kann mir bereits vorstellen, wie eklig das sein wird. Oh nee, das ist sicher nicht mein Ding. Und schon wieder stehen die zwei sich gegenüber. Der einen geht's gut, der anderen nicht wirklich. Sushi. Fisch und Schokolade waren noch nie eine gute Kombination. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Kate auch nicht. Aber sie macht ehrlich mit und probiert ihre Sushi mit Schokolade. Sieht schlimm aus und schmecken tut es auch nicht viel besser. Emma erwartet von ihren Nachos eindeutig mehr. Noch ist alles okay. Aber was wird wohl kommen? Oh, Emma scheint die Kombination zu gefallen. So sehr sogar, dass sie jetzt voller Schokolade ist. Die Chips sind alle. Aber Emma gibt nicht auf. Und diese Größe gefällt dir eindeutig mehr. Oh, wow. Ab in den Springbrunnen. Aber Emma, das dauerte zu lange. Kate hat's am Ende nicht ausgehalten. Und ein echter Kampf beginnt. Emma, man muss stets auf der Hut sein. Und wenn man was Leckeres in der Hand hat, wer wird schneller sein? Denn Schnelligkeit ist hier entscheidend. Und schon ist auch diese riesige Chips. Alle. Yes, schaut euch mal Kate an. Sie ist glücklich. Emma, nicht wirklich. Klar, Kate hat so nette Löffel bekommen. Mit denen lässt sich Schokolade ganz einfach schöpfen. Und Emma kriegt am Ende noch was Ekliges. Meeresfrüchte. Diese Oktopusse sehen vielleicht cool aus. Aber dass sie mit Schokolade schmecken, bezweifle ich. Aber eines müssen wir zugeben. Emma ist mutig genug, um das zu probieren. Auch wenn sie versucht, ihren Ekel zu vertuschen, ist uns klar, wie fürchterlich das wohl schmecken muss. Was für süße Löffelchen. Entzückend. Hoppla. Da freue ich mich schon. Emma, das ist total praktisch. Zu schade, dass du nichts davon probieren wirst. Ich will einen vollen Löffel haben. Wusstest du, dass die Löffel an sich auch essbar sind? Einfach fabelhaft. Seltsam. Was war das denn? Wie kam das in meinen Mund? Ihhh. Schon wieder, du. Oh. Jetzt lass das auch endlich. Wann gibst du endlich... Ich liebe Cola. Und ganz besonders mit Schokolade. Schoko-Cola, richtig cool. Aber ich hab auch Glück gehabt. Ich hab ne Flasche Hubba-Bubba-Kaugummi. Ha, wir haben beide Glück gehabt. Ich will aber anfangen. Lass uns mal herausfinden, was das ist. Ein Kaugummi in der Flasche. Aber wie bekomme ich ihn da raus? Ah, ich glaube, es hat funktioniert. Ah, ich glaube, es hat funktioniert. Sieh mal, wie cool das aussieht. Lecker rosa Kaugummi. Sieht wirklich lecker aus. Ich bin bereit, den Rekord für die größte Kaugummi-Blase zu brechen. Ha, fast geschafft. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will alles auf einmal bauen. Ich bin mir sicher, ich werd's schaffen. Boah, das ist großartig. Wow. Na? Ich versuch's noch einmal. Wow. Diesmal war es noch besser, nicht wahr? Aber beim dritten Mal werd ich definitiv mich selber übertreffen. Das war ein echter neuer Rekord. Ich hab's langsam Saat-Hubba-Bubba zu kauen. Wie auch immer. Bella, jetzt bist du dran. Probier deine Schoko-Cola. Ich bin wirklich neugierig, wie die schmeckt. Ich hoffe, die ist auch schön schokoladig. Wow, das ist ja eine Schoko-Flasche. Und was ist da wohl drin? Oh, was für ne coole Überraschung. Vielleicht willst du ja diese tolle Überraschung mit deiner besten Freundin teilen? Auf keinen Fall. Diese Süßigkeiten gehören mir. Aber du kannst ein bisschen Schokolade haben. Oh, danke. Wie lecker. Nein, das ist genug. Du kriegst nur ein bisschen was. Hier, das Etikett. Hi, es sieht so selber aus wie eine Flasche Cola. Ich hab nicht vor, mit dir zu teilen. Jetzt werde ich so langsam und schön die Schokolade genießen. Ach ja, ich hab ja noch diese Bonbons. Ich könnte die nach Farben sortieren. Das nennt man Perfektionismus. Mann, das hat sie sich voll gut überlegt. Und jetzt kann ich das aufessen. Los geht's. Ich liebe es. Oh Mann, ich hätte auch gerne was davon. Gott, du bist ein echter Geizhals. Sei nicht so. Du bist doch meine Freundin. Hier kriegst du was von der Schokolade. Oh, danke schön. Wow, eine ganze Schachtel mit meinen Lieblings-Kit-Kats. Und ich hab auch eine Schachtel. Das sind keine Kit-Kats. Das sind meine Lieblings-Chupa-Chups-Kaugummis. Bella, ich kann nicht mehr länger warten. Ich will anfangen. Oh, ich liebe diese Kaugummis, seit ich ein Kind bin. Es hat sich nichts geändert. Die sind immer noch schön lecker und saftig. Nein, Glück ist eine Menge Kit-Kat. Worauf warte ich noch? Es ist an der Zeit, dass ich auch den Genuss dieses unglaublichen Geschmacks bekomme. Ich liebe es. Ich hab eine richtig verrückte, aber tolle Idee. Denkst du wirklich, du kannst einfach deine Kaugummis auf meine Schokolade legen? Auf keinen Fall. Ich hab doch gar nicht daran gedacht, zu konkurrieren. Ich wollte bloß einen Turm bauen. Aber wenn du willst, ich werd eh gewinnen. Das werden wir ja noch sehen. Die Pralinen werden höher sein. Nein, die Kaugummis. Nein, die Schokoriegel. Nein, die Kaugummis, das hab ich doch gesagt. Wann gibst du endlich auf? Ich hab nicht vor, aufzugeben. Das bedeutet Krieg. Okay, dann soll es eben Krieg sein. Nein, meine Schokoriegel. Eine Kaugummis. Ey. Oh, nee. Oh, das war so richtig cool. Jetzt hat jeder von uns sowohl Schokolade als auch Kaugummis. Ich probiere mal deine Schokolade. Voll lecker. Oh, deine Kaugummis aber auch. Wow, was für eine riesige Packung. Oh, ich stimme dir zu. Ich hab noch nie Schoko-Kaugummi gesehen. Hä, was ist denn hier los? Soll das ein Wettkampf sein? Aha, wir machen wohl einen Kaugummi-Blasen-Wettbewerb. Je mehr Kaugummi, desto größer wird die Blase. Und wenn ich alles auf einmal kaue, dann hast du keine Chance gegen mich. Es kann losgehen. Voll cool. Gefällt mir. Von wegen. Ich hab keine Chance gegen dich. Du wirst niemals eine größere Kaugummiblase machen als ich. Oh, wow, ist ja gigantisch. Fangen wir mal an. Oh, ja. Ich bin mir sicher, mein Kaugummi schmeckt viel besser als deiner. Ich bin fast fertig. Ich aber auch. Ich bin bereit. Ich war längst bereit. Ich hab nur auf dich gewartet. Meine Blase wird größer. Nein, meine Blase wird größer. Ah. Okay, du bist voller Schokoladen-Kaugummi. Ja, und das ist nicht gerade angenehm. Sieh dich mal an. Hier, nimm das hier. Das gehört dir. Wie geht? Wow, ich hab ganze fünf Kaugummis in Tuben. Und ich hab vier Schokoladen-Shakes. Voll cool. Lass mich die erste sein. Ich bin total von den Aromen fasziniert. Ich werd mit dem Püks beginnen. Hä, wie soll ich das trinken? Wieso kommt er nicht? Ist das eine defekte Flasche? Ach so, ich muss sie öffnen. Mh, richtig lecker. Aber nicht genug. Ich will den Rest noch trinken. Schön, dass mich niemand davon abhält. Na, jetzt können wir mal anfangen. Oh, ich liebe es. Ich glaube, ich hab grad den leckersten Cocktail der Welt erfunden. Wow, fantastisch. Komm, werd schnell fertig. Oh ja, jetzt muss ich aber mein Gesicht reinigen. Kate, es ist an der Zeit, dass du auch dein Kaugummi probierst. Einverstanden? Ich erwarte, dass das einfach unrealistisch toll sein wird. Aber wieso sollte ich die einzeln probieren? Ich kann die doch alle gleichzeitig auspressen. Na los. Mh, ich hatte keine Ahnung, dass das so lecker ist. Irgendetwas sagt mir, dass ich dabei bin, den Rekord wiederzubrechen. Na, das sah ganz schön gut aus. Natürlich. Schau mal, wie viel Kaugummi ich noch übrig habe. Das ist alles auf meinem Gesicht und auf meinen Fingern. Ich hab mich verheddert. Wie geht, als wär Spider-Man hier gewesen. Mach das so weg, kommst, blöder Kaugummi. Ich hab's satt. Und ich dachte, Kaugummi wär cool. Stellt sich heraus, dass selbst das langweilig sein kann? Kate, ich mach dich fertig. Oh nein. Boah, was für ne Tasche. Ui, so schön bunt. Ich bin begeistert. Die ist ja voller Nagellack. Damit werde ich mir gleich die Nägel machen. Susi, das Gelb wird dir stehen. Einfach perfekt. Das hast du angerichtet. Solche Nägel will ich nicht. Ich frag mich, ob du jetzt den Deckel heben kannst. Das ist voll schwer. Aber so leicht werde ich nicht aufgeben. Ich hab ne Idee. Aua. Die blöden Nägel werde ich noch los. Freiheit. Eine Schokotasche. Wie toll. Ich muss sie dringend öffnen. Vielleicht solltest du einfach abbeißen. Kate, das war ne gute Idee. Die Schokolade scheint gut zu schmecken. Da ist was drin. Der Nagellack ist essbar. Komm, wir machen uns die Nägel. Ich werd mich gleich rächen. Fertig. Oh Gott. Sorry, aber das musste sein. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ah, das kann man doch einfach essen. Mhm. Okay, solche Nägel gefallen mir. Diesmal fang ich an. Yippie. Oh, was für ein cooler Schuh. Schau, da sind bunte Bonbons dran. Oh. Hm? Hihi. Oh. Oh. Oh mein Gott. Schoko-Schoko-Springbrunnen. Schoko-Springbrunnen. Ist ja fabelhaft. Der ist voll schön. Und schmecken tut er auch. Ich will ihn auch probieren. Das ist einfach göttlich. Ich beneide dich voll. Fabelhaft. Und jetzt ran an die Schokolade. Das ist doch voll unfair. Ich kann doch nichts dafür. Dann kann ich nichts dafür, dass meine Schuhe einfach genial aussehen. So blöd, dass meine Zeit fast um ist. Aber am Ende will ich noch so viel wie möglich essen. Süsi, jetzt reicht's aber. Ich bin dran. Schau, wie schön die sind. Ich muss sie anprobieren. Pack mal deine Beine weg. Wow. Gib's zu. Du hättest auch gerne solche. Und mein Outfit erst. Sieht perfekt aus. Oh nein, es wird gleich Mitternacht. Kate, du hast dich in einen Kürbis verwandelt. Hallo? Ist da jemand? Komm, wir machen gemeinsam auf. Lippenstifte. Voll toll. Riechen so gut. Ich glaube, die kann man essen. Genau. Die sind aus Schokolade. Gefällt mir. Sieht nicht gerade gut aus. Ups, ich muss mir die Zähne putzen. Aha. Das kann nur eines bedeuten. Meine Lippenstifte sind echt. Ich werde mich schick machen. Fertig. Kate, dieses Küsschen ist für dich. Wieso hast du das getan? Na, um dir deine Süßigkeiten wegzunehmen. Oh, so viele davon. Hör sofort auf. Die gehören mir. Das ist nicht fair. Oh Mann, du hast mir nichts übrig gelassen. Ich hoffe, der ist nicht aus Schokolade. Wow. Meiner sieht viel sympathischer aus. Oh nein. Ich lag falsch. Meiner ist essbar. Glück gehabt. Ich will ihn so richtig genießen. Na gut, ich mache mir so lange die Haare. Sieht gar nicht schlecht aus. Steht dir. Ja. Ich will auch so eine Frisur. Kate, was ist mit dir passiert? Susie, was lachst du? Oh nein, das muss Schlagsahne sein. Das gefällt mir gar nicht. Ich packe das weg. Da ist gar nichts lustig dran. Und das ist für dich. Bitte sehr, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Wieso? Hättest mich nicht auslachen sollen. Was für ein nettes Ferkelchen. Wow. Ich habe auch was Ungewöhnliches. Das ist eine Gesichtsmaske. Mal sehen, wie effektiv sie ist. Sieht übrigens aus wie ein Werkelchen. Voll witzig. Oh ja, das wird mir gut tun. Zeit, dass ich meine Maske auch einsetze. Die ist voll schön. Und jetzt die zweite Hälfte. Fühlt sich gut an. Meine Hände sind grün geworden. Ich schrei doch nicht so. Du kannst gut reden. Du siehst nicht aus wie Shrek. Wenn du die Maske nicht mehr brauchst, dann nehme ich sie mir. Ich bin mir sicher, die schmeckt gut. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Schön, dass hier sofort alles klar ist. Schau, was für ein nettes Armband. Wow. Das ist voll cool. Was sagst du zu meinem Ring? Gib's zu. Die sind perfekt. Das Zeug riecht so süß. Ich glaube, das kann man essen. Schau mich nicht so an. Ich bereue nichts. Was für eine tolle Blase. War voll witzig. Das heißt also, dass mein Ring auch essbar ist. Mal sehen, was sich in meiner Kiste befindet. Schmuck. Kann nicht wahr sein. Ist der schön. Wow. Voll cool. Das war noch nicht alles. Hier ist noch ein Ring. Was ist, wenn der von einem Märchenprinzen ist? Susie, du hast mich bezaubert. Hey, komm mal wieder auf den Teppich. Okay, dann muss ich halt was radikaleres anwenden. Na also. Du hast alles ruiniert. Du hast alles ruiniert. Und letzte Runde. Wow. Das ist ein Pinsel und Rouge. Bei mir auch. Lass mal schauen, was da drin ist. Das ist nicht wirklich meine Farbe. Kate, kann ich sein Rouge haben? Das passt perfekt. Ich liebe Glitzer. Was lachst du? Ich befürchte, dass man das essen sollte. Wie lecker. Mennu, ich habe alles verwechselt. Aber na gut. Es hat Spaß gemacht. Schokolade gegen Kaugummi. Mal sehen, wer gewinnt. Ich weiß bereits die Antwort auf diese Frage. Schau dir diesen Schokoriegelautomaten an. Ich bin mir sicher, ich werde was richtig Tolles bekommen. Und ich habe einen Kaugummi-Automaten. Der ist mega schwer. Oh, so viele Kaugummis. Ich liebe es. Jetzt muss ich den Griff drehen. Klasse. Hier ist mein erster Kaugummi. Ich frage mich, wie er schmeckt. Der ist grün. Hm, das schmeckt ja nach Apfel. Und da ist auch noch eine flüssige Füllung drin. Mary, schau mal, wie lange er sich ziehen lässt. Voll toll. Willst du eine andere Geschmacksrichtung probieren? Großartige Idee. Aber der Drehknopf klemmt. Du hast recht. Das funktioniert nicht. Aber es muss doch einen Ausweg geben, oder? Ich denke, den Automaten können wir auseinandernehmen. Probieren wir es mal. Oh, klasse. Es hat funktioniert. Mary, was würde ich nur ohne dich tun? Hier, das ist mein kleines Dankeschön. Jetzt suche ich mir eine andere Geschmacksrichtung aus. Oder ich nehme mir gleich mehrere. Hm, viel leckerer. Ich stopfe mir den Mund voll. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt bin ich aber dran, meinen Automaten zu probieren. Ich muss wohl auf einen Knopf drücken. Oh Mann, das Ding funktioniert nicht. Oh, ein Twix. Du hast eine gute Schlagkraft. Gut gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wow. Jetzt habe ich schon zwei Schokoriegel. Ich mache weiter so. Und noch mehr. Und noch mehr. Wow, du hast ja viel. Ich habe mir Mühe gegeben, um diese Schokoriegel rauszubekommen. Jetzt wird es Zeit, dass ich sie probiere. Was sieht so appetitlich aus? Die Schokolade schmilzt einfach nur im Mund. Ich bin zufrieden. Schon mal so viel Karamell. Und den Twix mag ich für diese knusprigen Kekse. Ich liebe es. Und hier kommt die zweite Runde. Das ist ja so eine Art Schokoladenwahnsinn. Aber ich liebe es. Ich will noch mehr Riegel. Na los, wieso funktioniert das Ding nicht? Ich will mehr. Schmaps. Mary, geht's dir gut? Dieser Schokowahn wird sie noch irgendwann umbringen. Gut, dass ich rechtzeitig aufhören kann. Oh, so viele Kaugummis. Ich kann sie kaum zählen. Das ist ja unglaublich. Schau mal, Kate. Ich habe so eine wunderschöne und zerbrechliche Schokoladenkonstruktion. Ich habe sogar Angst zu atmen. Ich muss sie aber probieren, also. Hurra, es hat geklappt. Ich will noch den Rest kaputt machen. Und noch ein bisschen. Das war's auch schon. Ich habe es geschafft. Das hat Spaß gemacht. Jetzt bist du aber dran. Okay, schau mal. Ich habe meinen Turm auch kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt können wir das alles probieren. Du hast recht. Verlieren wir keine Minute. Mein Kaugummi sieht wirklich toll aus. Ich liebe die Farbe. So richtig weich und süß. Ich liebe es. Ich kann es kaum erwarten, meine Schokolade zu probieren. Die sieht richtig toll aus. Schau mal, wie sanft. Die zerbricht so leicht. Ich liebe den Geschmack. Da haben wir Glück gehabt. Ich habe mir was einfallen lassen. Das ist genial. Ich bin stolz auf dich. Lass uns schneller anfangen. Du hast recht. Ich werfe zuerst. Und du fängst. Okay. Gefangen. Und jetzt tauschen wir. Hey, was soll das? Ich treffe einfach nicht. Was soll das? Mary, halt still. Heute ist einfach nicht mein Tag. Wieso klappt das nicht? Es klappt ein anderes Mal. Du hättest mir gleich sagen sollen, dass du nicht besonders treffsicher bist. Du hast kein einziges Mal getroffen. Gut, dass die Schokolade auf meinem Gesicht gelandet ist. Hurra, ich liebe Nutella. Und ich habe Kaugummi in der Tube. Gar nicht schlecht. Sieht so ungewöhnlich aus. Sieht aus wie Zahnpasta. Aber ich bin mir sicher, das schmeckt viel besser. Oh, ich hatte recht. Großartig. Sorry, Mary. Aber ich muss dringend ein bisschen nehmen. So was habe ich ja gar nicht erwartet. Ich will Nachschub. Mehr und mehr. Oh Mann, meine Tube ist leer. Wie kann das sein? Was hast du vor, Kate? Ich werde die Tube aufschneiden. Ich bin mir sicher, da ist noch was drin. Super. Ich habe es mit dem Finger rausgefischt. Ich liebe es. Mir fehlen einfach die Worte. Jetzt bin aber ich dran. Oh Mann, wie soll ich das Glas öffnen? Es hat geklappt. Noch ein Hindernis. Das wirst du schnell schaffen, Mary. Du hattest recht. Schau, das ist meine Schokopaste. Ist die nicht schön? Ja, aber halte sie mir nicht direkt vom Gesicht. Tut mir leid, aber ich bin so begeistert. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das köstlich ist. Du bist hier gar nicht zu bremsen. Oh, du hast die Sache auf den Punkt gebracht. Mary, du bist ja voller Schokopaste. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Süßigkeiten kombinieren? Kaugummi und Nutella? Oh, ein Versuch ist es wert. Fang du an. Ich hoffe, es wird mir gefallen. So weit, so gut. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt mache ich eine Kaugummi-Blase. Die wird sicher schokoladig. Das müssen wir unbedingt probieren. Na, Mary, siehst du was? Sorry, ich konnte nicht anders. Ich wollte deine Blase zum Platzen bringen. Das hat Spaß gemacht. Warte, ich schmier dich auch voll. Oh, die Farbe steht dir total. Oh, Kinderüberraschungseier. Gar nicht schlecht. Oh, was zum Teufel ist das denn? Das sind lange Kaugummis. Die baumeln voll schön, nicht wahr? Ich liebe es. Lass uns keine Zeit verlieren. Ich bin bereit, meine Schokoladeneier zu probieren. Ich hoffe, da ist ein Geschenk drin. Oh, das sind ja zwei Hälften. Mit welcher soll ich anfangen? Mit der hier. Oh, cool. Das ist meine kleine Überraschung. Das Spielzeug will ich aber zusammenbauen. Oh, das ist ja ein kleiner, süßer Bär. Mit einer Krone. Die anderen Spielsachen hätte ich ja fast vergessen. Das sieht auch niedlich aus. Zeig's mir, Mary. Das ist für mich. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Mal sehen, was in der anderen Eierhälfte drin ist. Schoko-Kugeln mit cremiger Paste. Super. So richtig sanft. Ich bin begeistert. Das ist ein perfektes Dessert. Ich will gleich mehr davon haben. Da habe ich aber Glück gehabt. Ich will nicht mal den Löffel benutzen. Es klappt. Jetzt bin ich aber dran. Mit welchem Kaugummi soll ich beginnen? So richtig süß. Um den Geschmack zu intensivieren, nehme ich mir gleich mehr Kaugummi. Das ist genau die richtige Menge. Genau das, was ich wollte. Klingt toll. Schau mal, sehe ich aus wie ein Oktopus? Ja, genau wie ein Oktopus. Das macht Spaß. Ich will noch mehr davon. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich wusste gar nicht, dass du so viel auf einmal schaffst. Ich brauche diese Menge, um eine riesige Kaugummi-Blase zu machen. Wow, die ist ja wirklich groß. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören. Kate, kannst du mich hören? Hier wird es langsam eng. Oh, was für eine Explosion. Ich habe dich gewarnt. Hey, wie geht es dir? Geht es dir gut? He he. Heh. current Nage.